Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ja, ihr habt es sicherlich schon alle mitbekommen, dass es gestern in Bremen einen Angriff, der auf den AfD-Chef gegeben hat, Frank Magnitz, den hat man nach einer Veranstaltung, haben drei schwarz vermummte Personen eben aufgelauert, haben ihn mit einem Krantholz bewusstlos geschlagen, als er dann auf dem Boden lag, hat man weiter auf seinen Kopf eingetreten und dass er wahrscheinlich sogar mit seinem Leben bezahlt hätte dafür, das hat man nur das Eingreifen von dem Eingreifen eines Bauarbeiters zu verdanken, der dann dazwischen gegangen ist und so ist dann dieser AfD-Politiker schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen. Ja und in diesem Video wollte ich halt einfach mal ein bisschen beleuchten, wie das denn aus libertärer Sicht so einzuordnen ist. Erstmal, aus meiner Sicht sieht das halt so aus, wir haben seitdem die AfD im Bundestag, das haben wir auf jeden Fall immer, ja sehr, sehr populistische, sehr hetzende Medien gegen die AfD. Das sieht man auch immer wieder, ich bin ja, ich glaube, das habe ich ja öffentlich auch immer schon gesagt, ich bin zwar AfD-Sympathisantstimme mit der AfD in vielen Punkten überein, aber genau so kritisiere ich sie auch in vielen Punkten und ich sage auch, ich als Libertärer, als Anarchist wähle auch bewusst nicht, weil ich einfach sage, auch wenn ich sage, okay, ich möchte meinetwegen freien Waffenbesitz haben oder die Wohlfahrtssysteme abgeschafft haben oder möchte gerne reinschauen, dass hier wirklich nur die vernünftigen Leute reinkommen und keine Salafisten. Dann gibt es natürlich auch andere Leute, die eine ganz andere Meinung sind und sagen, okay, wir hätten gerne jeden reingelassen, wir müssen bedingungslos solidarisch sein. Wo ich sage, wählen ist halt einfach, man bevormundet andere Leute und so sehen wir das halt jetzt auch gerade bei links und rechts. Es führt halt immer zu einer Polarisierung, wo es einfach darum geht, wer hat jetzt die Macht über den Staat, in welche Richtung geht es und das ist jetzt natürlich das Ergebnis davon, wo die Stimmung mehr aufgeheizt wird oder immer mehr aufgeheizt wird. Und dann mündet das natürlich auch in solchen Sachen, wie wir die jetzt gesehen haben. Das war natürlich auch nicht das erste Mal. In Leipzig wurde mal ein Ordner von der Legida, ja, krankenhausreif geschlagen oder in Hamburg. Bei der Merkel-Muss-Wegg-Demo ist auch ein Besucher, ist aufgelauert worden. Der wurde auch zusammengeschlagen, jetzt der AfD-Politiker. Also ist auf jeden Fall kein Einzelfall. Und bei mir ist es halt immer so, also wie gesagt, ich bin AfD-Sympathisant und wenn ich halt einfach mal neue Leute kennenlerne, ja, durch meinen Freundesbekanntenkreis oder einfach auf Veranstaltungen, wenn dann, da kommt ja oft auch immer das Thema AfD zur Sprache. Und wenn ich dann frage, okay, was hast du denn konkret gegen die AfD? Da heißt es immer, ja, man hört das doch immer, die Rechten, die Nazis, was sie für Positionen vertreten. Wo ich dann immer sage, hey, hast du dir ja schon mal eine Bundestagsrede angeschaut? Hast du das Wahlprogramm schon mal angeschaut? Also für mich ist es halt so, die AfD, natürlich, klar, ist es auch populistisch, aber meiner Meinung nach hört man von allen Parteien von der AfD eigentlich noch so die reflektiertesten Meinungen. Und man sieht auch immer bei den Bundestagsreden, ja, dass von der AfD immer Argumente kommen. Sie greifen Menschen an, sie greifen Meinungen an. Und von der anderen Seite geht es immer nur um Emotionen. Und das wird natürlich auch in den Medien immer aufgenommen. Es geht immer um Emotionen. Ludwig von Mises hat ja schon gesagt, so von wegen, Liberalismus wird niemand eine Chance haben, weil Sozialisten, die Linke in verschiedenen Abschwächungen, natürlich immer zu den Emotionen sprechen. Und wir sehen es halt damals bei der Flüchtlingskrise. Dann wurden die Bilder von den Bahnhöfen, wo die Flüchtlinge angekommen sind. Oder wir erinnern uns an das Kind, was dann der Tod am Strand lag. Mit solchen Bildern werden natürlich ganz populistisch, das wird der Stimmung gemacht, wird gesagt, okay, wir müssen alle Flüchtlinge aufnehmen. Und da wird halt einfach ganz bewusst mit den Emotionen gespielt. Es werden ja logisch-rationale Argumente in den Hintergrund geschoben. Die Leute haben gar nicht so die Möglichkeit zu schauen, okay, was wird das denn alles für Auswirkungen haben? Und kann es anders auch viel effizienter sein? Also ich sage ja auch, Menschen helfen ist grundsätzlich immer gut, aber muss man natürlich schauen. Man hat natürlich begrenzte Mittel. Und wie kann man den Leuten am besten helfen? Und ich glaube, das hat auch ein Politiker mal gesagt, man kann, wenn man den Menschen vor Ort hilft oder wenn es dann um die Kriegsflüchtlinge in Syrien geht, wenn man denen halt einfach in den benachbarten Ländern, in den Flüchtlingscamps hilft, dann kann man da mit dem gleichen Geld, was wir hier ausgeben, kann man da zehnmal mehr Menschen helfen. Und für mich ist es halt einfach nur, die sind arme Menschen, die sind arme Flüchtlinge. Ich mache denen halt auch gar keinen Vorwurf. Letztendlich will jeder einfach nur ein besseres Leben haben. Ich bin auch viel in Afrika gereist, da haben mich alle gefragt, okay, wie kann ich nach Europa kommen? Ich mache diesen Menschen gar keinen Vorwurf. Meiner Meinung nach werden sie einfach nur von der Politik instrumentalisiert, um einfach links und rechts gegeneinander aufzubringen. So halt einfach nochmal den Überwachungsstaat immer weiter auszubauen und so noch weiter Macht über die Menschen zu bekommen. Meiner Meinung nach hat man auch das ganze Land so auf den Kampf gegen rechts eingestimmt. Wir sehen es auch in den Schulen. Ich hatte ja auch Jakob hier auf meinem Kanal. In den Schulen ist es natürlich bei den Lehrern, die sind natürlich Staatsangestellte, gehen natürlich auch oft immer so das wieder, was in dem Mainstream da vorgegeben wird. Das ist natürlich Refugees Welcome, AfD ist böse. Und dementsprechend werden natürlich auch die Schüler dementsprechend immer wieder konditioniert. Nazis waren damals böse und wir sehen heute genau das Gleiche mit der AfD. Und da sind natürlich einige, die sich dann sagen, okay, wir sehen wieder den Nationalsozialismus aufkommen. Wir müssen dagegen vorgehen und da ist natürlich dann auch Gewalt ein legitimes Mittel. Und ich als Libertärer, Gewalt ist immer zu verurteilen. Wer sich mit libertären Ideen auseinandersetzt, der kennt auch das Non-Aggression-Prinzip, das Nicht-Aggressions-Prinzip. Das heißt, initiierende Gewalt ist immer zu verurteilen, verteidigende Gewalt oder also defensive ist immer okay. Und da werden natürlich die Linken, die werden dann auch natürlich sagen, das ist natürlich verteidigend, weil wir können sie jetzt besser angreifen, als wenn wir nachher das ganz große böse Übel haben. Und letztendlich, da ist immer Moral, kann man sich immer so schön zurecht drehen. Ich glaube auch, wenn man sich das anschaut, Stalin, Mao, Hitler, ganzen Massenmörder des 20. Jahrhunderts, die haben sich halt immer den moralisch guten Anstrich gegeben. Sie standen immer für sich auf der richtigen Seite der Moral. Sie waren immer die Guten. Und ich kann nur sagen, als linksgrün versiffter Gutmensch lebt sich total gut, denn wir sind die Guten und nicht die Bösen. Und lieber bin ich der Gute, der ist der Böse. Oder wie heißt es so schön, der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Absichten. Ja, dazu auch nochmal, bei mir war es, ich bin ja so Anfang 2014, habe ich mich so ein bisschen politisch eingebracht bei der Mahnwache in Hamburg. Und dann war es auch so, da hieß es dann immer, ach, da kommen hier Nazis und der ist Nazi, der ist Nazi. Und dann habe ich gesagt, wir sind eigentlich diese Nazis, so, ich will die einfach mal sehen, ich will mal mit denen sprechen, ich will mal schauen, ob es tatsächlich irgendwelche Leute gibt, die irgendwie da ganz krass rassistisch sind und sagen, okay, nur weil jemand weiß ist und weil jemand schwarz ist oder weil einer in einer anderen Kultur angehört, ist er besser oder schlechter. Und so hat man halt immer überall dieses Gespenst von den bösen Nazis, die hinter den Steinen oder hinter der nächsten Ecke lauern und dabei sind, jetzt hier das Land zu übernehmen. Und ja, meiner Meinung nach, diese Ideen, diese Vorstellungen, dass Nazis überall da sind, das sieht man halt auch überall im Mainstream. Zum Beispiel in Chemnitz war es ja auch so, da sollte es ja auch angeblich diese Hetzjacken gegeben haben. Das war dann auch wochenlang in den Medien. Ich kann mich erinnern, als ich damals auf Zypern war, da war ich in einer Gruppe unterwegs und der eine hat eine spanische Freundin, die hat das dann in den Medien auch gelesen, dann hieß es auch in den ausländischen Medien, in Deutschland werden Ausländer, ja sozusagen durch die Stadt gehetzt, die werden verfolgt. Und die hat ihren Freund dann auch gefragt, hey, wir wollen demnächst nach Berlin gehen. So ist Berlin denn für mich als Spanierin, als Ausländerin überhaupt sicher? Und wenn man da dann mal ein bisschen genauer hingeschaut hat, also klar, die meisten haben natürlich auch gar keine Zeit, da genauer hinzuschauen, haben gar keine Zeit, sich die Quellen anzuschauen. Und wenn man sich die Quellen angeschaut hat, das ist überall auch oft immer untergegangen, dieses Video, worauf man sich da bezogen hat, das wurde von der Antifa-Zeckenbiz auf Facebook und auf Twitter verteilt. Und natürlich Antifa, die wollen natürlich das nur so darstellen, wie es gerade in ihr Weltbild reinpasst. Und auf diesem Video ist dann die angebliche Hetzjagd zu sehen. Also ich will jetzt nicht ganz so genau auf diesen Fall drauf eingehen, aber auf jeden Fall, dass in diesem Video nach Zeugenaussagen diese Flüchtlinge, die da, ja, hinter denen man eigentlich nur so fünf bis zehn Meter hergelaufen ist, dass sie eigentlich provoziert haben und nach Zeugenaussagen eigentlich auch die Demonstranten, die wegen, ja, das wird auch immer vernachlässigt, wegen dem Mord da in Chemnitz durch die Stadt gegangen sind und gesagt haben, okay, hey, bisher und nicht weiter, wie viele Leute sollen denn noch sterben? Wir müssen mal die Grenzen dicht machen, wir müssen mal uns an die Gesetze halten, wir müssen mal auffällige Straftäter abschieben. Ja, dass da ein Mord passiert ist, das ist in der ganzen Diskussion wieder untergegangen. Und wie gesagt, also in diesem Video hat man halt nicht gesehen, was davor passiert ist. Und meiner Meinung nach, schaut es euch genau an, die Flüchtlinge haben vorher oder diese Menschen mit Migrationshintergrund, sie haben vorher ganz klar diese Demonstranten provoziert. Das ist natürlich auch eine aufgeheizte Stimmung gewesen. Klar, wenn jemand in der eigenen Stadt ermordet wird von Flüchtlingen, die vorher auch straffällig geworden sind, die nicht abgeschoben worden sind, natürlich sind dann die Gemüter ein bisschen aufgehitzt, erhitzt. Und da war es dann halt so, dass diese Flüchtlinge provoziert haben und dann halt jemand wirklich auf sie zugerannt gekommen ist und sie vertrieben hat. Und diesen kurzen Ausschnitt, wo man überhaupt nicht gezeigt hat, was vorher passiert ist, das hat man halt einfach dazu genutzt, um zu zeigen, guck, hier haben wir die bösen Nazis, das ist die Fremdenfeindlichkeit, da hatte man endlich die Bilder, wo man immer drauf gewartet hat. Es haben dann Gratis-Konzerte stattgefunden, wir erinnern uns auch den Fall Maaßen. Da war es dann auch so, dass Maaßen gesagt hat, okay, es gibt keine Indizien für eine Hetzi-Hakt. Natürlich, klar, es ist auf jeden Fall passiert, aber man muss den Kontext sehen. Maaßen hat deswegen auch seinen Job verloren, weil er sich da geäußert hat, gegen dem, was auch von dem Regierungssprecher Herr Seibert war, das auch gekommen ist. Der hat auch gesagt, okay, das war ganz klar ein Angriff auf Flüchtlinge, ein fremdenfeindlicher Vorfall. Oder jetzt auch vor kurzem, da gab es an Silvester im Ruhrgebiet, da ist einer in die Menschenmenge reingefahren. Da hieß es auch gleich wieder, das war einer von diesen bösen Nazis mit fremdenfeindlichem Hintergrund. Wenn man aber genauer hinschaut, einfach ganz logisch, wenn es dunkel ist, wie soll man dann in Menschenmassen erkennen, ob jemand ein Flüchtling ist oder einen Migrationshintergrund hat oder nicht. Und dann, wer da ein bisschen genauer hingeschaut hat, der hat auch im Video gesehen, wo dieser Amok-Fahrer auf eine blonde Frau zugefahren ist. Insofern, nur weil er auf 20 Leute zugefahren ist oder keine Ahnung, wie viele das waren und weil da ein paar von Migrationshintergrund hatten, heißt das nicht unbedingt, dass das auf Ausländer abgesehen hat. Insofern, meiner Meinung nach, wir haben halt einfach linksgrüne Journalisten, da gibt es da auch Umfragen, kann ich hier auch mal einblenden, linksgrüne Journalisten, die zum großer Mehrheit einfach die Linke und die Grünen wählen. Für sie sind die Nazis überall. Wenn dann was passiert, wird es dementsprechend von ihnen auch so eingeordnet. Und das führt natürlich dazu, dass Menschen zu Hause sitzen und sagen, okay, hey, wir sehen tatsächlich Nazis überall, das wird immer schlimmer. Wir müssen da was gegen machen. Das sind dann vor allem auch die Antifanten, die dann halt einfach AfD-Politikern auflauern. Also wir in Bremen, wenn sie jetzt zusammenschlagen, fast umbringen. Oder wie es mir auch passiert ist, wie gesagt, ich bin libertär. Ich habe auch, ja, ich habe die AfD nicht gewählt. Ich sage auch, okay, ihr Linken, ihr könnt gerne euren Sozialismus umsetzen. Ich will gar keine Staatsmacht haben. Insofern würde ich mich gar nicht als links oder rechts groß einordnen. Aber mir hat man auch aufgelauert bei meinem letzten Stammtisch. Und das sind einfach so totalitäre Methoden, die wir jetzt hier immer mehr am Aufkommen sehen. Und ja, natürlich ist es halt immer für die Leute ganz einfach. Wir sind gegen Nazis. Wie heißt es immer so schön? Das ist immer so der billige Gratismut. Und ja, meiner Meinung nach bleibt es jetzt natürlich auch spannend, wie die Medien darauf berichten werden. Also ich denke mal, wenn das ein Angriff auf Claudia Roth gewesen wäre oder auf Merkel gewesen wäre, dann hätten wir schon längst eine Sonderpressekonferenz gesehen. Dann hätte man sich geäußert, dass wir den Kampf gegen Rechts weiter verschärfen müssen. Und ja, aber meiner Meinung nach bei linker Gewalt, die auch laut der offiziellen PKS, laut der offiziellen Polizeikriminalstatistik viel höher als die Rechte ist, wenn man vor allem auch bei den Rechten irgendwelchen antisemitischen Äußerungen oder so, die bei Facebook ja geäußert worden sind, wenn man sie rausrechnet, dann ist linke Gewalt eigentlich ein viel, viel größeres Problem als das von rechter Seite. Und ich frage mich halt immer, wenn es doch Nazis tatsächlich übergeben würde, wie kann es dann sein, dass wir diese Antifa-Hochbohrungen, so wie in Hamburg haben, die Rote Flora oder die Riegerer Straße in Berlin oder Conor Island in Leipzig, wie kann es das sein, dass es solche Antifa-Hochbohrungen gibt? Da müssten die bösen Nazis doch überall sind, die müssten doch eigentlich ständig Anschläge gegen diesen Antifa-Hochbohrungen verüben, müssten da Fackelläufe irgendwie jede Nacht davor haben. Aber wir haben immer noch diese Antifa-Hochburgen, auch in diesen alternativen Stadtteilen. Man sieht, wenn man da ins Klo geht, man sieht überall Antifa-Aufkleber, man sieht halt immer linke Sticker, linke Aufkleber. Insofern, ich glaube, was die Kräfteverhältnisse angeht, tickt Deutschland auf jeden Fall sehr, sehr links. Ja, die libertäre Sicht der Dinge habe ich hier gerade schon ein bisschen ausgeführt. Es geht halt immer nur darum, wer erhält dann die Macht über einen Staat. Das führt natürlich dazu, dass links und rechts sich dann aber bekriegen, in diesem Fall auch mit Gewalt. Und da ist natürlich, hätten wir keinen Staat oder, wie weiß ich auch immer sage, hätten wir ein Europa der tausend Lichtensteilen, da können die ganzen Linken, die können meiner Meinung nach, können gerne Berlin haben, da können sie irgendwie ihren Wohnungsmarkt verstaatlichen, können meinetwegen auch die Produktionsmittel verstaatlichen, können da ihre linke Utopie durchsetzen, können die ganze halbe Welt aufnehmen, können sehr gerne machen. Aber genauso sollte es dann andere Kleinstaaten geben, die dann sagen, okay, wir schauen uns wieder mal ein bisschen genauer an, wen wir reinlassen, wir machen es wie alle anderen Länder auch, schauen uns an, okay, die Leute, die hier reinkommen, haben sie tatsächlich, sind sie tatsächlich asylberechtigt oder bringen sie irgendeine Qualifikation mit, haben die auch nicht in irgendwelchen Kriegen für den ISIS, für die ISIS gekämpft und so weiter und so fort. Ja, die jungen Männer haben sich natürlich gedacht, ach, wenn wir hier den AfDler mal ein bisschen zusammenschlagen, wenn wir den mal ein bisschen krankenhausreif prügeln, dann werden sich wahrscheinlich, wird sich keiner mehr trauen, mit der AfD beizutreten oder wird sich auch keiner irgendwie groß äußern, sich gegen unsere Meinung zu stellen. Aber ich glaube, das wird die Gemüter noch mehr erhitzen. Wir sehen zum Beispiel auch bei den Linken, wenn Sarah Wagenknecht sich dazu äußert, dass wir auch Höchstgrenzen haben müssen, dass wir nicht jeden reinlassen können, dass sie auch verbal angegriffen wird. Insofern grundsätzlich ist es dann halt immer die Seite, die vorgibt, so tolerant zu sein, aber sogar bei Leuten in ihren eigenen Reihen da nicht tolerant sind. Mich interessiert natürlich jetzt auch, was ihr von dem Fall haltet. Geht ihr mit dem, was ich jetzt hier gesagt habe, stimmt ihr mit dem überein oder seid eine ganz andere Meinung? Schreibt gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Meinung und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. итог Untertitelung des ZDF, 2020